Wenn wir über das Thema Konsolidierung gesprochen haben, also das Zusammenfassen von mehreren Fluggesellschaften zu einer Gruppe oder zu einer einzigen Fluggesellschaft, wobei so manch kleinere, etwas schwächere Fluggesellschaft in den letzten Monaten und Jahren ja durchaus auf der Strecke geblieben ist, dann sind wir neben der Lufthansa-Gruppe auch natürlich nicht an Ryanair vorbeigekommen. Und über die haben wir jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gesprochen. Da gibt es aber einige neue interessante Infos und das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, endlich wieder aus gewohnter Umgebung. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, die irische Billigfluggesellschaft Ryanair, die war ja hier schon häufiger mal Thema. Und ich denke, die meisten von euch haben mittlerweile auch eine ziemlich feste, klare Meinung zu dieser Fluggesellschaft. Kann man machen, kann man aber auch lassen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und trotzdem geht es ja auch bei denen nicht nur in eine Richtung, sondern auch die müssen sich an die aktuell nicht wirklich einfachen Bedingungen für die Fluggesellschaften hier in Europa anpassen. Auch die müssen flexibel und gut durchdacht reagieren, sonst verliert auch eine Ryanair mal die Position an der Spitze des europäischen Marktes, die sie sich über die letzten Jahre ja durchaus immer mal wieder mit Lufthansa teilen mussten. Sondern dann kann auch so eine Fluggesellschaft irgendwann mal den Anschluss verlieren und das wird dann richtig unangenehm. Dass Fluggesellschaften too big to fail sein können, das, ja, glaubt spätestens seit den letzten beiden Jahren wahrscheinlich niemand mehr. Flugzeughersteller vielleicht, aber Fluggesellschaften auf keinen Fall. Mit anderen Worten, auch Ryanair muss gucken, was sich aktuell so machen lässt. Und da spielt ihnen die aktuelle Situation beim Flugzeughersteller Boeing natürlich nicht so richtig in die Karten. Ryanair hat am 13. Dezember 2018 die letzte, neue, für sie bestimmte Boeing 737-800 übernommen. Das ist schon wieder eine ganze Weile her. Und so etwas, das darf man vielleicht gar nicht unbedingt aus den Augen verlieren. Denn so ein richtig brutales Wachstum, mit dem es die Fluggesellschaft vor mittlerweile einigen Jahren ja dann doch immer wieder in die Nachrichten geschafft hat, gepaart mit irgendwelchen provokanten Äußerungen des Chefs Michael O'Leary, das speichert man ganz gerne mal als Standard ab. Aber das ist eben nicht der Standard. Vielleicht erinnert ihr euch sogar noch, ich habe vor anderthalb Wochen mal Zahlen aus dem sogenannten Low-Cost-Monitor des DLR, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, habe ich mal daraus gekramt. Und da ging es unter anderem im Jahr 2009 halt eben auch um Ryanair. So, 2009, da gab es dann zwei Berichte, einen vom Jahresbeginn 2009. Dort war die irische Billigfluggesellschaft vertreten mit etwa 170 Flugzeugen in der Flotte. Und dann gab es einen zweiten Bericht für den Herbst 2009. Ist mittlerweile also fast zehn Jahre her. Dort war Ryanair dann vertreten mit etwas mehr als 200 Flugzeugen in der Flotte. Und allein das in dem Zeitraum, das ist schon ziemlich beeindruckendes Wachstum. Und ich erzähle euch ja nichts Neues. Ihr wisst ja, wo das alles dann irgendwann mal hingelaufen ist. Die Flotte von Ryanair besteht aktuell aus 420 Flugzeugen vom Typ 737. 419 davon, bis auf diese eine 737-700 als Trainingsflugzeug da. 419 Maschinen, das sind alles Maschinen vom Typ 737-800. So, und jetzt hat Ryanair eben am 13. Dezember 2018 die letzte neue 737-800 übernommen. Das, was danach kam oder kommen sollte, das war alles Boeing 737 Max. Jetzt kann die Fluggesellschaft natürlich reichlich wenig dafür, dass man bis zum aktuellen Zeitpunkt noch keine neue 737 Max bekommen hat. Aber auch ohne diese ganze Boeing-Krise kann man daraus erkennen, dass auch eine Ryanair die Flugzeuge nicht mehr in der Geschwindigkeit oder in dem Umfang übernimmt, wie das noch vor einigen Jahren der Fall war. Und das, was da jetzt in Form der 737 Max irgendwann mal zur Ryanair kommen wird, das ist auch auf keinen Fall alles nur noch Wachstum, sondern das ist hauptsächlich Ersatz. Während man hierzulande zu den Stoßzeiten auf einigen Strecken gerne mal das Gefühl bekommt, dass Flugzeuge aktuell ja gar nicht unbedingt voller sein könnten. Also, dass die Dinger quasi immer aus allen Nähten platzen, dass Fluggesellschaften, und da geht es gar nicht nur um Ryanair, dass die Fluggesellschaften hier unterwegs sind, eigentlich nur noch mit vollen Flugzeugen durch die Gegend fliegen. Währenddessen verliert man die Situation außerhalb der Stoßzeiten, auf anderen Strecken ganz gerne mal aus den Augen. Und da gilt dann das Stichwort Überkapazitäten. So schön der Gedanke auch ist von innereuropäischen Point-to-Point-Verbindungen, von jeder kleinen Stadt zu jeder anderen kleinen Stadt, alles ohne lästiges Umsteigen, alles Direktflüge, und das am besten dann auch für Tickets für knapp 15 Euro, so ernüchternd ist dann die Realität. Es hat sich ganz sicher schon herausgestellt, welche Strecken für einen innereuropäischen Kunden zu welchen Zeiten wirklich interessant sind. Vielleicht hat man als Fluggesellschaft mal Glück und eröffnet einfach mal so eine Strecke, eine neue Strecke, bei der man ein bisschen Potenzial vermutet. Die ergibt sich halt gerade so und das Ganze funktioniert. Naja, dann läuft das halt. Aber bei einem Großteil der neuen Strecken und bei einem Großteil der aktuell angebotenen Strecken, da weiß und wusste man natürlich vorher, ob das Ganze funktionieren wird oder eben nicht. Mit anderen Worten, die Fluggesellschaften, die sich in den letzten Jahren dafür entschieden haben, die die richtige Position dafür hatten, um bei dieser eben angesprochenen Konsolidierungswelle auf dem europäischen Markt ganz vorne als Gewinner mitzuspielen. Zu den Fluggesellschaften zu gehören, die eben kleinere, schwächere Fluggesellschaften auffressen, um mit denen schneller wachsen zu können, um sich damit mehr Marktanteile zu ermöglichen. Diese Fluggesellschaften, die treffen sich jetzt natürlich auf den für einen innereuropäisch fliegenden Kunden interessanten Strecken und das komischerweise auch immer zu ähnlichen Uhrzeiten. Aber die Fluggesellschaften, die können halt eben nicht alle mit randvollen Flugzeugen von A nach B fliegen. Das sind dann eben Überkapazitäten, die auf diesen Strecken dort zu diesen Uhrzeiten entstehen können. Also, dort gibt es mehr Sitzplätze als fliegende Kunden. Das wiederum führt dazu, dass die Fluggesellschaften wirklich um ihre Kunden kämpfen müssen, dass sie sich gegeneinander ausstechen müssen und das überzeugendste Argument für einen Otto-Normalverbraucher ist hier halt immer noch der Preis. Und das ist jetzt tatsächlich eine ziemlich unschöne Situation, denn das gibt es ja auch nicht zum ersten Mal in der Luftfahrt und es deutet eben darauf hin, dass man in der jüngsten Vergangenheit zu schnell, zu viel gewachsen ist und jetzt quasi gezwungen ist, das Ganze erst einmal ordentlich einzubremsen. Man hat gar keine andere Möglichkeit. Denn jetzt ein neues Flugzeug, ein leeres Flugzeug von einem uninteressanten Dorf ins nächste Kaff zu schicken, nur damit man neue Strecken eröffnen kann und Wachstum vorweisen kann und neue Flugzeuge in großer Anzahl einflotten kann, naja, das kann selbstverständlich auch nicht die Lösung sein. So erklärt sich eben genau das, was wir aktuell beobachten können. Immer mehr Leute, die mit dem Flugzeug von A nach B fliegen möchten, steigende Passagierzahlen, Leute, die trotz Hashtag Flugscham in diesem Jahr zweimal in den Urlaub fliegen möchten und nicht nur einmal so wie im letzten Jahr. Und gleichzeitig liest man von einer Gewinnwarnung nach der nächsten und das auch bei Ryanair. Hier musste man das erste Mal nach fünf Jahren einen Gewinnrückgang verzeichnen. Ganz wichtig, das ist kein Verlust. Also Gewinnrückgang bedeutet nur, dass der Gewinn in diesem Jahr nicht so groß oder nicht größer ist als im vorangegangenen Jahr. Und das ist auch erstmal nicht so wahnsinnig wild. Für das abgeschlossene zweite Quartal des Jahres 2019 bedeutet das bei der irischen Billigfluggesellschaft 11% mehr Fluggäste als im Vorjahreszeitraum. Man kam jetzt auf 41,9 Millionen Fluggäste. Das in drei Monaten, das ist echt richtig beeindruckend. Und trotzdem musste man einen Gewinnrückgang verzeichnen um ganze 21%. Man konnte jetzt in Anführungszeichen nur noch 243 Millionen Euro verdienen. Jetzt im Jahr 2019 summieren sich bei der Fluggesellschaft die Probleme natürlich auch echt so ein bisschen auf. Man hat aktuell steigende Kerosinkosten, dazu die eben angesprochenen Überkapazitäten, die langsam aber sicher dann doch so ein bisschen an Ryanairs oft perfekter Auslastung von je nach Monat über 96% kratzen, was echt im Vergleich ein absolut fantastischer Wert ist. Und dann ist da eben noch diese gesamte Boeing-Geschichte, von der Ryanair als reiner Boeing 737-Betreiber mit aktuell 135 festbestellten Boeing 737 MAX 200 natürlich auch von Zeit zu Zeit immer und immer mehr betroffen ist. Das führt dazu, dass auch eine Ryanair jetzt auf einmal so eine Art Sparprogramm fährt. Auch wenn die das vielleicht standardmäßig sowieso schon immer tun, aber jetzt nochmal halt eben in einem anderen Maße. Klingt aber auch viel dramatischer, als es am Ende des Tages dann wirklich ist. Also das hat man bei anderen Fluggesellschaften schon deutlich schlimmer gesehen. Unsere ehemals zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft war ja knapp drei Monate vor der Pleite auch der Meinung, dass man jetzt doch durchaus mal ein Sparprogramm gebrauchen könnte. Das ist bei Ryanair natürlich nicht so, sondern hier geht es darum, den größten Vorteil der Fluggesellschaft auch als größten Vorteil erhalten zu können. Und das habe ich schon ganz oft gesagt, es geht darum, so wenig Komplexität wie möglich in diesem Unternehmen zu haben. So schlanke Strukturen wie möglich bei Ryanair zu haben. Das sind Prinzipien dieser Fluggesellschaft, die erstmal natürlich vollkommen nachvollziehbar sind für einen Low-Cost-Carrier. Das sind aber auch Prinzipien, die für einen einfachen Arbeitnehmer schnell mal unangenehm werden können. Nach dem aktuell laufenden Sommerflugplan wird die Fluggesellschaft beispielsweise ihre letzte aktuell noch verbliebene innerdeutsche Verbindung einstellen. Also Streckenstreichungen, das kann es tatsächlich auch bei Ryanair geben. Viel bedeutender oder aussagekräftiger sind da aber mögliche Stellenstreichungen. Auch das kann es bei Ryanair geben, bei einer Fluggesellschaft, die doch gerade letztens noch gefühlt 35 neue Piloten pro Woche eingestellt hat. Nach aktueller Aussage haben sie aber jedoch aufgrund der ganzen 737 MAX-Geschichte knapp 500 Piloten und 400 Flugbegleiter zu viel. Und die Leute durchfüttern, bis dann irgendwann das neue Flugzeug endlich mal da ist. Das passt wahrscheinlich so ziemlich genau gar nicht zu den Interessen des Chefs und lässt sich, ohne jetzt genaue Details zu kennen, sicherlich auch nicht durch die Arbeitsverträge der jeweiligen betroffenen Personen irgendwie ändern. Mit anderen Worten, Ryanair könnte tatsächlich Mitarbeiter entlassen und dahingehend dann auch irgendwann Stationen schließen. Welche das Wann-Wo werden könnten, das wird in diesem Monat wohl entschieden. Gleichzeitig kommt dann aber auch noch dazu, dass Ryanair mittlerweile nicht mehr nur noch Ryanair ist, sondern das Ganze ist mittlerweile eine Holdinggesellschaft, unter dessen Dach dann noch eine Ryanair Sun aus Polen hängt, aus der dann irgendwann mal Buzz werden soll. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Bienenlackierung. Dann gibt es noch Ryanair UK, Malta Air und auch Lauda Motion. Der größte Nachteil, der dabei für einen einfachen Arbeitnehmer, in Anführungszeichen, aber auch irgendwo für einen einfachen Kunden, für einen Passagier entstehen kann, den kennen wir ja bereits. Haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, haben wir auch schon bei anderen Fluggesellschaften gesehen. Es geht darum, dass es mehrere AOCs gibt, mehrere Betreiberlizenzen für verschiedene Fluggesellschaften auf dem Papier. Und am Ende des Tages kann halt auf vielen Flugzeugen das gleiche draufstehen, aber dort, wo Teile der Ryanair-Gruppe eben teurer sind als andere Teile der Ryanair-Gruppe, werden sie eben durch günstigere Teile verdrängt. Und das kann dann irgendwann so aussehen, dass man in Wien am Flughafen steht und jetzt gleich mit einer Ryanair-bemalten 737, die doch eigentlich letzte Woche noch für Lauda Motion unterwegs war, mit einer maltesischen Besatzung an Bord in den Urlaub nach Spanien fliegt. Und wenn das dann der Standard ist, dann hat man irgendwie wieder nichts dazu gelernt. Aber einen Vorteil hat das Ganze und zwar ist es wieder günstiger geworden. Ich bin da sehr gespannt auf eure Meinung, freue mich auf eure Kommentare und dann soll es das volle gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ein großes Dankeschön geht heute noch raus an Klaus und an Michael. Vielen lieben Dank an euch beide für eine großzügige Unterstützung über meine Patreon-Seite. Damit helft ihr mir und dem Kanal sehr, das wisst ihr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss.